So, jetzt kommen wir erstmal, was hier schönes gibt. Oldtimer-Treff ist hier. Ja, hier gibt es schöne, interessante Sachen. Ah, guck dir das an. Ein Oldtimer dort. Ein Oldtimer. Oh, der sieht ja nicht schlecht aus. Oh, der ist schön. So, jetzt gucken wir weiter. Interessante Sachen gibt es ja schon. So krasse Sachen. Wir gucken gleich mal, wo die schönen alten Autos sind. Wir gucken mal, was wir hier so schönes sehen. Auf jeden Fall. So viel wird auch nicht sein. Doch, da hinten. Ah, die sind da hinten. Muss man aber weitlaufen, Ritter. Heute ist weitläufig angesagt. Schon interessant. Mann, ist das krass. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir da so schönes sehen. Ich melde mich nachher nochmal wieder, wenn ich da angekommen bin. So, jetzt bin ich da. Und wir gucken jetzt mal. Pkw. Der ist jetzt zwei Jahre, vier Jahre gefahren. 1994 kam zu denen. Da hat er ein riesen großes Glück gehabt. Und ich stelle da draußen, sehe er jetzt nicht mehr so aus. Naja gut, aber die Leute sagen mir immer, was soll da rosten. Der ist ja Pappe, ne? Jetzt kommt es. Und fühlen, bei dem wir auch nicht sagen. Genau. Und jetzt sind wir genau da, nämlich bei den Lasten. E-Lasten, glaube ich, in dem Fall eher nicht. Das ist ja was. Duro-Plast. Duro-Plast, würde man sagen. Werkstofftechniker, genau. Du hast ja an dem Auto nichts gemacht, oder? Der ist, wie du sagst, so war er. Musste also auch nicht irgendwie Kaross oder die Perler ersetzt bekommen. So auch genau. Also Traumzustand, so wie er bei Sachsenring damals in Zwickau vom Band lief. Ich habe mir ein paar alte Filme angeguckt. Da wurden ja dann immer die Kornflügel und die Körn, die wurden dann eben aus dem Regal genommen, angeschraubt und um die Spaltenrasse hinzukriegen, kamen sie mit der Fräse, haben wir einmal durchgefräst, blob der Staub. Phenolplast und Baumwollfrasern. Das war ein, naja, sagen wir mal ein Ersatzstoff, weil zu Beginn der Krabantfertigung eben Alu- und Stahlblechmangelware war, wie so manches in der damaligen DDR. Ja, nicht nur DDR, wir fangen mal an, das ist genau das Problem. Nachkriegszeit, was gab es nicht? Material. So, Erster Weltkrieg ist zu Ende. Nicht überall, nicht überall. Naja, aber Erster Weltkrieg ist zu Ende. Der Witz ist ja in Wirklichkeit, dass er... Die Autos liefen auch so und hatten solche Karossereien. Genau, und das war dann der sogenannte Leukoplastform war, ne? Ja, also so despektierlich hat man den Trabi, glaube ich, niemals bezeichnet, weil der hat sich ja seine Meriten wirklich erworben, nicht? Also man kann, glaube ich, sagen, gerade so die letzten Krabanten, die noch in der alten Form auf den Markt kamen, waren wirklich sehr solide und auch dauerhafte Fahrzeuge. Vielleicht nicht ganz mehr, ganz auf der Höhe der Zeit, aber eben echte Langzeithautos. Man sieht es ja. Vor allem, weil es jeder reparieren konnte. Ich glaube, das Geheimnis war klar, dass jeder der DDR, der so ein Ding gefahren ist, beschraubt konnte. Es war es nicht so, dass du in der Werkstatt gefahren bist, du hast gesagt, mach mal, sondern du hast deine große Reparatur selber gemacht. Interessant ist, wir fangen ja mit dem B70 an. Genau, das war der erste. Hatten wir heute hier, haben wir versucht, hierher zu bekommen, aber der Herr ist leider schon abgefahren. Wir haben zwei wunderschöne B70 Kubik da, was wirklich eine Superseltenheit ist. Ich bin fast umgefallen, ein wunderschönes Auto, aber da haben wir eine ganz starke Rosse. Da müssen wir aufpassen, der hat einen kleinen Büroblast draußen. So, dann kam der B50, also B70, weil er 700 Kubik hatte. Dann kommt der B50, dann kommt der V100, dann kommt der V100, und dann kommt der Verband 601. Wir werden schon in der Zahl. Also 700 Kubik, B50, 500 Kubik, und hier haben wir wieder 600 Kubik. Genau, und so blieb es dann bis zum Schluss, bis dann der V1100 am Polo-Motor einzog in die Karosserie des 601. Allerdings war das irgendwie so eine, wie soll man es nennen, so eine Art, eine Leichenaufschminkung. Also es war einfach kein Markt mehr dafür da. Obwohl wir haben hier auch, glaube ich, ein paar 1100 an Verbanden, mit auch hervorragend fahrende Autos. Man kann eigentlich nichts dagegen sagen. Und ich habe es ja vorhin gesagt, wenn man einen hat, der noch fährt, war halt losig zu ändern, denn man weiß ja nie über den Nachschub. So, naja, gut. Dann herzlichen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns hier mal kurz das Rote vorzuführen. Und das Thema, die überdauert haben, das ist inzwischen ja auch, wenn man sich die Preise anguckt, und in den Rotterdamer Zeitungen, es gibt einen Aufwärtsfeiern. Also natürlich, wenn du so einen sehr gut erhaltenen Universal hast, die wären schon so im mittleren Zustand, jetzt hier eine halbe, wenn die getrackst. Was hat denn noch Lieblings, Trabiwitz, die sind ja irgendwie aus der Mode gekommen, Trabiwitz, weil man es selten sieht, aber fällt da noch einer ein? Pass auf die Lachen. Wir waren nie ein Fan davon, irgendwie. Fahrrad, wir meinen Lieblings, Trabiwitz, da kam ein Trabi fährt an den Straßengraben, hat einen Unfall, landet ihn mit dem Kufladen, und da sagt der Trabiwitz, Mensch, was bist du denn? Da sagt der Kufladen, was bist du denn? Dann sagt er, ich bin ein Auto. Und da sagt der Kufladen, wenn du ein Auto bist, bin ich eine Pizza. Ja, ja, genau. Cotrabiwitz, wie erinnert man sich daran noch? So, sehr schön. Also, weiter geht's. Laste und die Laste. Laste und die Laste. Genau. Mal so eine schöne Corvette zeigen. Na ja. Worin? Dann starten wir mal mit einer Corvette. Also mit ein paar mehr Zylindern, ne? Hat ja nur sechs Zylinder wieder. Sieht richtig heiß aus, oder? Ja. Ein schöner Muskelgang. Daumen hoch. Also, um sich in einer Verwandtschaft zu erkennen. Fängt schon mal damit an, dass er ja Giganten war. So, da kommt Mr. Chevrolet persönlich. Genau. Danke, dass du es geschafft hast erst mal. Das war auch Überzeugungsarbeit. Sehr schön. Ja. Ja. Bei uns sind Höhenkorvetten ja relativ selten. Und da hast du die Geschichte beschwackt. Da hast du hier keinerlei gemäßt haben. Vielleicht ist ja eine Deutsche. Weißt du die Geschichte? Ja. Also, Baujahr, ich schätze mal, ist irgendwas so 62. Ja. 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 Und die Corvette, also die erste als sie kam, da hat General Motors ja gesagt, wir brauchen einen Sportwagen, weil die aus dem aus Europa zurückkehrenden GIs sich englische und deutsche Sportwagen gekauft haben und da, also nennenswert Umsätze kandidierten. Und da wollte natürlich General Motors an sich nachstehen und baute eben ein klein, ein leichter Sportwagen. Das war damals die erste Corvette, die ist doch C1. Da sah die Front ein bisschen anders aus, hat aber auch diese sehr schöne Form und Zweifachmarkierung. Gibt es da einen kurzen Steckdruck zu dem Auto? Ich glaube, das habe ich schon gesagt, aber das ist ja keine Kunst, kann ja jeder sagen. Sehr schönes Auto. Ich bin nur ein Kind, egal, das habe ich auch gesagt, das habe ich schon gesagt, Es ist nur ein Kind, das ist schon bei uns. so jetzt sind wir da das ist ein schönes auto hier und kann auf der landstraße auf wasser sehr schön das wesentliche meine damen und herren ist amerikanische automobiltechnik aus der nachtriegszeit beruhte auf rahmen verzeugen das waren also immer autos die richtig fänden stahlrahmen wo eben motor und gefedert werden die hinterachse blattfedern relativ unaufwendige vorderachse und dann kam die karosserie raus wurde dann quasi aufgestülpt noch ein stahlkorsett unter der karosserie beflangung sondern die ist ganz und gar aus fieber gelassen und das ist natürlich wenn heute ein unfall passiert ja so ein bisschen heftiger ausfällt also wo karosserieteile beschädigt werden das auto aus indisch da geht man dann nie an die nicht aus dem boden bei man in der ddr nichts hatte und sparen musste hier ging es eine ganz abgefickte und grenzte schon bei 162 kW macht nämlich besonders spaß je leichter dieses auto wird leichtbau ist das stichwort damals eben nicht auf aluminium wie viele andere die hatten also zum nicht zuletzt ein wunderschönes auto du kannst natürlich tolle form machen du hast diese form das wird dazu einlaminiert kennt man eben wie gesagt aus dem bootsbau tatsächlich wenn man einen unfall hat kann man das hier relativ gut im bootsbau wieder wieder herstellen das heißt in formen werden laminiert wenn da im kopf oder wie immer drin ist mit glasfaser gearbeitet also da kann der normale fläche nicht machen wird doch eigentlich ganz gleichgeraden autos worüber die aber nicht gewünscht haben war mit leichtgewicht weil die waren einfach leicht und schnell und hier wollte man schon so die ersten ansätze kombinieren die man dann auch bei der coba oder die leichte idee man will im prinzip dieses pullige v8 aus dem amerikanischen reportbau haben aber man will eigentlich eine karosserie die sehr eleganter und leichter ist wie aus europa hier angelegt toll dass du dich vorgeführt hast ganz vielen dank ein wunderschönes auto jetzt hören wir uns den kleinen o8 noch mal an das ist ja also für musikalische leute jedes mal ein kunstgenuss geben eben die kraft der zwei kerzen und jetzt kommen eben sechs dazu allerdings natürlich in vier takt man bitte zweiflutige auspuffanlage übrigens so muss das sein beim v8 eine linke und eine rechte seite dankeschön an die corvette jetzt gehen wir hier weiter und zwar von der ganzen lördlich also das war tatsächlich eine hausnummer den die kleinen europäischen autos dann doch tatsächlich nicht viel weiter und nach wie vor als wir die corvette immer noch die aktuelle glaube ich also jedenfalls gibt ja mehrere generationen nach diesen nach und das ist nach wie vor eine der anderen ikonen los geht's von detroit geht's wieder back to ddr ab nach dresden genau da kommt unser nächster volk da kommt er los und So, guten Tag. Vielen Dank. Was gibt es zu dem Auto zu berichten? Welches Baujahr? 75. Und bist du Erstbesitzer? Wer war Erstbesitzer? Ein berühmter DDR-Rennfahrer? Ich kenne ihn nicht. Aber die Geschichte ist nicht so bekannt. In welchem Zustand hast du das Auto bekommen? 5 bis 6. Also 6 ist ja eigentlich gar nicht mehr. 6 ist nichts mehr vorhanden. Also musst du ein paar Tüten mitbringen, um den nach Hause zu bringen. Der basiert ja weitgehend auf einem ganz normalen Serienfahrer. War das ein Glück zum Start? Boah. Also Teile darf schon kein Problem. Was auch Prozess. Wir sind hier gerade bei Plastik. Die Lasten ist ja auch eine Glasfaserkarosserie. Musste man da zum Wurzbohr, wie Ulf vorhin gesagt hat? Ich muss leider entschuldigen. Ich rede nicht so viel. Ich lasse es nur berieseln. Ja, dann erzähl mal das Setup. Was für ein BMW-Motor? 6. Aus einem 3er. M10. Okay, M10. M10. M10 ist der Motor, der in der neuen Maße 1965 erstmals eigentlich der Motor. Dann in seiner letzten Minute. Da kommen eins in den Berg Bar. Er ist in dem Bereich, was überhaupt noch ist. M10, ein legendärer Motor. Das ist auch ein schönes Auto. Schöner Schlitten. Daumen hoch. Für dieses Fahrzeug. Und für den Besitzer. Es kommt noch so viel mehr. Ja, also ihr könnt darauf erfreut sein. Ja, das war auch, wie gesagt, eine Wichtigkeit. Und das baute man bei Belkos einfach, kann man die Idee selber tun und es baut. Und ich finde, man vergleicht. Ja. 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 Sehr schöner Porsche. So, ich bin ja zurück. Und ja, hier sind wir so schöne Autos zu sehen. Und man sieht ja auch, dass es ganz viele sind. Ganz viele. Also, schon krass, was hier stehen tut. Sehr schön. Oh, ich habe was ganz tolles entdeckt. Ein Auto mit Schlafaugen. Ein Auto mit Schlafaugen. Ein Auto mit Schlafaugen. Das ist ja krass. Das sieht schön aus. So, mal gucken wir. Können wir mal ein bisschen ringsherum gehen. Gucken. Oh. Ja. Sehr schön. Hm. so ich bin jetzt hier in dem bus sieht sehr schön aus cool, sieht sehr schön aus armelfahrzeuge, schön, super das ist ein schöner das muss ich gleich noch ein extra video machen so herzlich willkommen hier ist ein geiles armelfahrzeuge genannt Hummer schon interessant krass und schön, schön breit schon krass 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 Das sind ja ... Oh, schön aus. Schön aus. Ich habe einen schönen Tag, aber ich habe einen schönen Tag, mit dem ich bin. Ich bin ein schönen Tag. Ich habe jetzt meine Jacke einfach mal nicht an die Lichter schleifen. Wolltest du ein bisschen leben, ausleben? Das ist ein bisschen. Aber willst du es nur zeigen, wie man das aussieht? Das war noch mal. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Der Wettbewerb ist in der Nähe des Landes. . Was haben wir denn zu verschenken? Das war's. Ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen da und einen netten Kommentar und bis zum nächsten Video, tschau tschau.